So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ich habe mich entschlossen, eigentlich wollte ich heute nämlich was ganz anderes hochladen, dass ich auf das andere verzichte, wir uns auf das konzentrieren und alles was ich so mache, mache ich halt hinter verschlossenen Türen und ihr kriegt es dann vielleicht irgendwann mal zu sehen, deswegen ist es ja auch die Nachfrage da nach den nächsten 7 Tage, 7 Stops folgen. Dadurch, dass immerzu was anderes passiert und ich auch für mich was machen muss und ich nicht permanent 5 Videos am Tag hochladen will, weil das Interesse dann sinkt, da die Leute dann einfach übersättigt sind, werde ich immer versuchen, jetzt wirklich nur noch 1 plus Stream plus Adventskalender, das muss ja auch erstmal reichen, so zieht sich alles, dann sind wir nicht mehr aktuell, wenn es hochkommt, das ist auf jeden Fall die beste Lösung. Was jetzt neu angekündigt war, was bestimmt vielen die Socken auszieht, am 14. Dezember, 8 Uhr, gibt es schon wieder was Neues, wann ist der 14? Heute ist der, hier ist der 4. Ich muss mir gleich mal mein Handy nehmen, muss mir das mal einspeichern. Am 14. Dezember, go Spezialforschung mit Shiny Celebi, jetzt haben wieder welche gesagt, ja, es ist voll unfair, manche haben ein Hunderter bekommen, manche ein total schlechtes, jetzt wieder Spezialforschung, manche kriegen das Shiny, manche nicht, aber es soll wohl garantiert sein, dass jeder aus der Spezialforschung ein Shiny bekommt. Und ist dann natürlich kein seltenes Shiny mehr, weil das ja wirklich dann jeder hat, aber ja, ist halt so, ne, da ist sogar ein Hornliu Shiny seltener dann als Celebi. Trotzdem muss ich mir das alles mal hier vermerken, vielleicht soll ich es mir auch einfach nach dem Video vermerken, anstatt die ganze Zeit jetzt hier versuche, am Handy was zu schreiben. Eine Spezialforschung, in der Jesse und James statt Professor Willow auftreten, wird verfügbar gemacht, ab 14. Dezember, 8 Uhr, merkt euch das, unbedingt, am Ende begegnet man Shiny Celebi. Jesse und James kehren im Mauzi-Ballon zurück, sie haben andere Krypto-Pokémon. Es wird Kleidungsteile inspiriert von dem Outfit von Jesse und James im neuen Kinofilm Pokémon, die Geheimnisse des Dschungels geben. Ein neues Pikachu-Kostüm, das Forscher-Pikachu, erscheint im Freien und in Raids bis zum 21. Dezember, kann auch Shiny sein und es führt die Rampenlichtstunde am 15. Dezember an. Ist es jetzt wirklich neu? Das steht noch im Raum, weil drüber spekuliert wird, dass das wohl das Safari-Hut Pikachu ist, was die Leute bei der Safari dieses Jahr bekommen konnten. Sprich, alle, die die Safari-Zone mitgemacht haben und da dieses Safari-Hut Pikachu bekommen haben, für die ist es nicht neu. Okay, für alle anderen ohne Safari ist es neu, aber so haben die die Möglichkeit, die keins bekommen haben, nochmal eins zu bekommen oder sich noch einen ganzen Sack voll zu machen, um sie dann wieder zu verkaufen oder rauszugeben bei Gewinnspielen am Dienstag. Wir gucken mal, vielleicht ist es ja wirklich für alle was Neues, aber bis jetzt sieht es wohl so aus, als wäre das das Safari-Hut Pikachu, was eben schon mal da war und jetzt weltweit für jeden zugänglich gemacht wird. Bis zum 17. Dezember erscheinen Pokémon aus dem Film wie Hut-Hut, Planas, Rotomurf, Waumball und Vermicula vermehrt. Vor allem Vermicula. Vermicula war unser Kontinentales, hat mit Phunifras jetzt gewechselt, ist jetzt weg, erscheint aber jetzt wieder mehr, einfach wegen dem Event. Also, wir haben jetzt den Jackpot, wir haben Vermicula und Furnifras, beides einfach jetzt, also richtig gut. Oder es erscheint nur dort vermehrt, wer weiß das schon. Waumball, ja. Jetzt wo der Minicup vorbei ist, das hätten viele gebraucht für den Minicup, ansonsten Hut-Hut, Planas, was will man damit? Rotomurf ist wohl noch das Nützlichste hier aus der Sparte, wenn ich das so sehe. Dann in Raid-Kämpfen, Schlurp, hatte schon sein Raid-Day, Flunkiever, brauchen manche sicherlich noch das Shiny, Libeldra, Seaday-Pokémon. Aber ganz krass, Geronimatz, was ja eigentlich aus der, gut, es gab es auch bei Fotobombs, ja, beim Go-Fest und so. Es gab es sonst aus der GBL-Liga und jetzt erscheint es in Raid-Kämpfen, zusätzlich, weil es jetzt Shiny sein kann. Wurde auch unten nochmal bestätigt, Shiny Geronimatz wird veröffentlicht. Zusätzlich kann es aber auch aus 5-Kilometer-Eiern schlüpfen. Bis ihr ein 5er-Ei kriegt, das ist ja alles random, und bis in dem 5-Kilometer-Ei ein Geronimatz drin ist, was ja random ist, und das dann auch noch Shiny ist, würde ich lieber raiden. Jetzt müsste man eh die Champion-Medaille voll machen. Also kann man ruhig auch mal solche kleinen Raids machen, wenn man genug rein-cashen kann und will. Weil ich immer sage, was soll man denn raiden, was soll man raiden? Jetzt konnte man Psy-Yau raiden, bis man die Bon-Boms zusammen hat, jetzt könnte man Geronimatz raiden für das Shiny. Ist also eine gute Sache, und ich werde da auch auf jeden Fall wieder mit den kleinen Accounts auf Jagd gehen, Geronimatz-Raids machen. Wenn ich es kriege, dann rübertauschen, man braucht ja eh dann zwei Stück. Ansonsten ja Schlurp, Flunk-Kiefer, Libeldra, Geronimatz. Das Einzige, was mich in den Raids dann also interessiert, ist Geronimatz. Aber aus den 5-Kilometer-Eiern können auch die ganzen Babys schlüpfen. Hier Fluffeluft, Kusilla, Elekid, Magmi, Moe bei. Und die gibt es ja auch alle als Shiny, auch eben zusammen mit Geronimatz. Shiny Geronimatz, Hammer. Am 25. Dezember erscheinen der Mauzi-Ballon vermehrt. Also das nochmal ein besonderer Tag für den Mauzi-Ballon. Ihr habt ja Celebi in seiner schillernden Variante. Sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Geronimatz, was ich gewill, ist auch am Start. Hat schon wieder eine Flasche Wodka getrunken und fliegt trotzdem noch. Ich freue mich also auf Celebi, auf die Spezialforschung, auf shiny Geronimatz. Und bin gespannt, was das mit dem Pikachu wird. Wer es noch nicht hat, freut sich natürlich. Was ist euer Highlight dabei? Celebi oder Geronimatz? Schreibt es mal in die Kommentare, notiert euch die Daten. Und wir kommen noch ganz kurz zum Super-Community-Day. Den habe ich nämlich bisher noch gar nichts gesagt. Also wir können hier nochmal direkt gucken. Community-Day-Wochenende vom 12. Dezember bis zum 13. Dezember gibt es folgende Boni. Markiert euch das auch mal. Vom 12, 13 und dann ab 14 startet das andere. Also das Dezember wird auf jeden Fall wieder fett. Pokémon, die häufiger in der Wildnis erscheinen. Plinfa, Rihorn, Samurzel, Abra, Hondiu, Nebulag, Carbador, Porygon, Glumander, Electek und Magma. Pokémon, die in Raid kämpfen und 2 Kilometer-Eiern erscheinen. Kanimani, Quiegel, Gagabor, Flemly, Hydrobi, Drassler, Bummels, Knackleon, Kindwurm, Shellast, Panflam. Die Eier interessieren mich irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. All diese Pokémon können auch in diesem Zeitraum ihre jeweiligen Community-Day-Attacken per Entwicklung erlernen. Obwohl die meisten Community-Day-Attacken ja eh nur nützlich sind für die GBL. Die meisten Pokémon nutzt man nicht unbedingt in Raids, obwohl gut Glurak und so. Mega Glurak, die eine Mega-Entwicklung haben, sind auch für Raids wohl interessant. Im Shop könnt ihr wieder so eine sinnlose Community-Day-Box kaufen. Habe ich noch nie gemacht. Ach, ich kaufe mir immer das Ticket für die Spezialforschung da. Aber so eine Community-Day-Box habe ich mir noch nie geholt. Da gibt es eine Top-Sofort-TM, eine Top-Lade-TM, aber das für 1.280 Münzen bin ich nicht so der Freund von. Es wird anlässlich des Events eine befristete Forschung mit Belohnungen wie einer Top-Lade-TM geben. Na, da kriegt man die auch kostenlos. Ich habe bisher immer noch keine einzige ausgegeben. Für 99 Cent kann man wieder eine exklusive Spezialforschung freischalten, für deren Erhalt ihr aber keine Medaille im Spiel erhält. Leider nicht, aber trotzdem fand ich diese 99 Cent-Teile immer gut. Gab es ja wenigstens immer auch ein Knurs dabei und ein Rocket-Radar. Finde ich, diese zwei Sachen rechtfertigen den Preis von 99 Cent schon. Ihr kriegt aber auch exklusive Pokémon-Begegnungen. Freue ich mich, nehme ich natürlich wieder mit. Aber genau auf die zwei Tage umgemünzt, was haben wir jetzt am Samstag? 11 bis 17 Uhr Ortszeit, ihr wisst Bescheid. Pokémon, die häufiger in der Wildnis mit erhöhter Scheinlich-Chance erscheinen. Hornio, Abra, Nebulak, Rihorn, Samurzel, Plinfa. Abra finde ich an sich, ihr wisst Gen 1, ich bin sowieso Fan von Gen 1. Abra, Nebulak, Rihorn finde ich wohl am coolsten, wobei ich von diesen Pokémon Rihorn immer noch am krassesten und am nützlichsten finde, wenn man die Mega-Entwicklungen weglässt, weil dann wäre vielleicht Nebulak sinnvoll. Also mein Favorit am Samstag wäre Rihorn. Ihr habt doppelten Fangsternen-Staub, halbierte Schlüpf-Distanz, Rauch hält 3 Stunden an und Mega-Gänger erscheint häufiger in Raids. Gut, da freut sich bestimmt der Benni, dass der wieder Energie farmen kann und Raids machen kann und sonst was. Also mein Favorit am Samstag ist Rihorn. Welcher Favorit ist eurer? Etwa Hornio? Und Sonntag geht's auch nochmal weiter von 11 bis 17 Uhr genau dasselbe. Diesmal mit Glumanda, Elektec, Magma, Kabador, Porygon. Hier muss ich sagen, ist es wohl Elektec. Also Samstag, Rihorn, Sonntag, Elektec. Klar, Glumanda, Mega-Entwicklung, sonst was. Aber Glumanda, weiß ich nicht, ist für mich schon ausgelotscht. Porygon finde ich sinnlos, Magma, kompletter Mist. Kabador ist cool, aber gibt's schon so lange und so häufig. Elektec finde ich seltener als Kabador. Elektec, auch mit seiner Sino-Entwicklung, Elevoltec, sehr krasser Elektroangreifer. Für mich das Highlight, Elektec, ist natürlich jetzt noch nicht so lange her, dass es da war. Deswegen haben da vielleicht manche kein Interesse dran und brauchen andere Sachen, die sie verpasst haben. Auch hier gibt es doppelten Staub fürs Fangen, halbierte Schlüpfdistanz, Rauch 3 Stunden und Mega-Glurak X erscheint häufiger in Raids. X müsste also dieser Dunkle sein, nicht der Orange. Hier habt ihr die Shinies nochmal im Überblick. Kanimani, da freut sich der Isbo natürlich, aber wer weiß, ob der überhaupt spielt. Mein Favorit, also wie gesagt, Rihorn und hier Elektec. Ihr könnt mal reinschreiben, auf welche Pokémon ihr euch besonders freut oder welche euch ganz und gar noch fehlen, die ihr komplett verpasst habt und die ihr noch braucht. Wenn's so weitergeht, werden wir wieder zwei Tage lang streamen. Zwei Tage lang, sieben Stunden streamen. Und vielleicht nebenbei ein paar Raids machen, das weiß ich noch nicht genau. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir freuen uns auf Celebi. Bis zum nächsten Mal. Peace out, for out, euer Ramses.